Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Reis of the Tomb Raider. Soundcheck! Hatte ich das schon gespielt hier? Müssen sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ach, die Sachen habe ich schon eingesammelt. Ich habe nur Giftpfeile. Und hier hoch. Das ist eine Leichtpassage. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann's losgehen. Okay, machen wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Oh ja, Schleichtpassage. Okay. So, erste Posten ist weg. Daneben. Bleib doch mal stehen. Okay. Der will nicht stehen bleiben, ne? Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe was getötet. Das sehe ich mir mal an. Verstanden. Ich gehe mal aus. Ich bin gleich zurück. Ich gehe nicht zu weit. Bei mir ist ein Pfad, dass ich hier bin. Achtung, André! Kleist ihn! Wir werden dann gegriffen! Ich werde beschossen! Ich war ein Treffer! Ich werde beschossen! Los jetzt! So, weg mit dir! Kopfschuss! Und weg mit dir! Jetzt erstmal ein bisschen looten! Oh, mit der Herausforderung! Drei von zehn! Zehn! Oh! Dokument! Oh! Dokument! Oh! 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 Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen! Gehen sie zum Hof! Ich bin schon drin! Weht zur Hölle, bist du schon reingekommen? Also hier kann ich nicht hoch, aber hier. Soll es die Hölle, bist du schon reingekommen? bisschen holz kann nicht schaden so oh Dietrich du kommst hier mal zu Einsatz ah und rauf hier ja ich will auch immer rein ich will endlich raus aus dieser Eishölle dann habe ich gute Neuigkeiten neue Aufklärungsdaten eine einheimischen Siedlung auf der anderen Seite des Berges bald dein Tag wird kommen unser Tag solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst was soll das heißen du wirst sentimental wegen ihr der kleinen Croft deshalb ist sie noch am Leben aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen du zweifelst an mir du weißt was ich Trinity gegeben habe was ich geopfert habe was mich erwartet mir geht's gut das Leben war nicht besonders gut zu keinem von uns aber ich habe geschworen dich zu beschützen na wer ist jetzt sentimental ich verspreche dir all das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle ist nur Leben aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein schick deine Männer dorthin finde heraus was sie wissen es ist zu gefährlich gönn mir doch mein Vergnügen nichts davon ist wichtig wenn unsere Arbeit erstmal getan ist Konstantin sie werden bei den Zellen gebraucht wir tun das gemeinsam Schwester denk dran immer ja was tun sie die Menschheit soll gerichtet die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen wer reinen Glaubens ist wird erhöht sein und erhält das ewige Leben weg hier ich finde sie wir müssen sie finden weitersuchen wir müssen hier irgendwo sein ja würde ich auch sagen wir müssen sie finden wir müssen sie finden weiter wir sind am nördlichen Ende des Gulags ich warte ich warte dort auf ihn schon unterwegs wir müssen sie finden aha da ist was ich muss hier raus oh da ist was seltsam wieder im Einsatz zu sein ich war so lange undercover eingesperrt in die Gemütlichkeit des Kraftanwesens hier gibt es keine Gemütlichkeit die Luft ist gefroren das Essen aus das Essen aus Dosen das Essen aus Dosen und kalt die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch aber ich wollte hierher ich muss hier sein ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam ich werde da sein wenn er sein Schicksal erfüllt also atme ich erst mal tief durch lasse die eiskalte Luft in meine Lungen mich daran zu erinnern dass ich noch lebe um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben okay und ich würde sagen ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part